Hallo Leute, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hewatschtesdorme. Heute mit Svenny. Hallo, hallo. Wir spielen wieder Hotze, natürlich. Und ich spiele Sivanus. Und Svenny spielt Vala. Du spielst wieder auf Fass, oder? Ja, ich spiel wieder auf Fass, ich komm jetzt zu dir. Machen wir Doppel-Distanz, weil Diablo will mich nicht in die Mitte lassen. Doppel-Fernkampf. Ja, wir spielen was im Tempel des Himmels, ne? Ja. Oh, Svenny ist kleiner drin. Ja. Oh, Silvanusbette. Ja. Oh. Oh, kleiner annervt. Halt, der dealt. Mit Damage, ja. Die Säle ist mein eigenes. Oh no. Boah. Wow, wow, wow. Irgendwas hat mich vergiftet. Ja, das ist ja was. Alter, ich wär fast noch verreckt, ne? Oh. Oh. Oh, ich werd grad auf E drücken. Ja. Schon mal tot, das ist nicht so geil. Wie ein Profi. Wie ein Profi. Jetzt schon tot sein. Boah. Lack. Ah, wir sind in Mana mehr. Wir sind in Hotz, und da geht's schon richtig zur Sache. Ja, hoch. Tempel in der Mitte. Mein Wille ist mein eigener. Okay, gegnerische Waller. Oh. Das ist was Ende. Nein, ich hab' überlebt. Ich hoffe mal, unsere Leute nehmen den oberen Tempel ein, bitte. Nein, tut keiner. Okay. Oh, jetzt muss ich weg. Oh, jetzt muss ich weg. Aber doch, ihr habt's gut. Geh mich mal zurück. Cool ist tot, oder? Oh. Boah. Gift. Shit. Nach Damage. Sonst hätte ich überlebt. Hilfe. Hilf, Diablo. Unten. Unten. Bitte. Sorry, ich würde den da weg haben. Ja. Der ist jetzt tot. Ja, die hier wären auch ziemlich alt. Ja, die hier wären auch ziemlich alt. Ich käppe. Weißt du warum? Alter. Dieser Scheiß kleiner, zieh mich immer zurück. Ja. Ja. Aber alle halb tot sind einfach. Aber auch die Gegner. Aber sie haben leider den Tower, doch die letzte Schüsse sich geholt. Schauber. Ha. Das war ein Leiteres. Achtung, rechts. Ja. Komm. Mach. Scheiß Brunnen, ey. Wer will der nicht? Digga, ein Millimeter, weißt? Alter. Oh, 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 fuck. Boah, ich wurde ja auch noch auf der Träger die ganze Zeit auf die Scheiß Brunnen, dass er da... ein Leben gibt. Oh nein. Nicht meine Runde. Alter, aber da oben läuft der Kampf einfach immer noch. Ja, komm schon. Oh, komm schon. Nein. Boah. Alter, wenn es wieder so wäre, ja? Ich hatte den ausgaste procrastin. Boah, leck. Ja, ich glaube, wir bekommen gerade Probleme. Wir bekommen richtige Probleme. Aber die auch. Äh, unten der Tempel, sieben Sekunden. Blutrausch habe ich, Alter. Yes, man. Das Game ist Wontrausch. Wir kommen mit dem ganzen Team da unten an. Ja, müssen wir, sonst erreichen wir gar nichts. So, Kleiner kommt gleich von rechts und Walla von oben. Walla kämpft schon vor der Tür. Ja, helfen wir mal. Ach, du heilige. Ach du heilige. Ach du heilige. Reakt. Ja. Das war ein kurzer Ausflug. Ja. Ihr seid nicht unbegabt. So. Beide? Ha, das war ein leichtes. Du könntest Zerner holen. Hey, cut ich dich. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Wir kommen wieder. Ja, aber die haben den kompletten Ding schon fast benutzt. Oh nein. Ich bin tot. Da kam auf einmal Diablo auch noch von oben. Ich bin tot. 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 Ja, jetzt sind sie zwei Level über uns. Das haben wir richtig verkackt grad. Ich bin tot. Ich bin tot. Die blieben auch noch so knürt schon. Mal in der Bank. Ich taue возду. Und sogar eine Heilbronne. Ich finds nur ein Level vor. Aber jetzt müssen wir halt wieder... ...ein bisschen dominieren, weil sonst... Ich kochen gleich kleiner helfen. mhm Der ist mein eigener Schon geschickt Entverwander Alter Geht ab Geht ab Ach, alle die Huse Der Stöck hat ihr oberes Das Licht der Sonne in den Tempeln wird stärker Schon bald werden sie Meine ganzen Herren Ich habe keine Zeit, wir spielten 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 Ähm, Tempel, ne? Ja, ich bin so gut wie tot Ja, ich bin so gut wie tot Also ich muss zurück, ich habe weder Mana noch Leben Aber ich habe gegnerisches vorgeraped Glaub ich auch okay, oder? Ja, und ihr habt ja den Tempel ziemlich safe, aber die kommen jetzt wieder alle erachtend Nein Nicht Ist das gut? ooh Ich muss gar nicht versuchen, die zu holen. Ein Vorfeld wurde zerstört. Wir haben aber auch ein Tempel. Ja gut, dann holen wir uns dann und safen den. Nicht, dass sie gleich wiederkommen. Wenn jetzt wiederkommen war alles umsonst. Und da kommen wir in C. Ich bin gestorben. Drei Tote. Das hat es echt gebracht. Ja, die Gegner sind verbissert. Ich bin echt gut. Ja, aber ich bin bester Typenspieler aktuell. Bei der Gegner ist es Sonja. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Oh! Der Battlet um euer fängliches Leben. Deiner sagt keiner darf mehr an der Odyum dem Boss. Wird ja super. Ich kämpfe weiter. oh sonja Oh shit So, Sonja im 101 getötet. Aber... Wir kriegen immer noch den Scheiß Push ab. Weil schon wieder unser altes Team tot ist. Cool. Top-Tempel. Ja komm, ich brauch nicht zu dem Tempel laufen, das ist Selbstmord. Ja. 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 Nein, Welle ist mein eigener Alter, ihr verrät schon wieder alle Oder? Ja, ihr seid unbegabt, das ist nur zu Oh ja Boah, Alter Boah, lecker, Alter Wofi Okay Problem ist, wenn wir keinen Teamfight mehr machen, verlieren wir auch Weil wir die Tempel holen müssen wir ohne, die Tempel sind wir auch am Arsch Die Gegner haben den mittleren geholt, dann nehmen wir den unteren Ja Hier ersparten wir die Arbeiten, ihre Vorstellungen Mit Glück haben wir alle Statunen tot, bis die Gegner kommen, weil dann haben wir nichts mehr zu befürchten, denn die Statunen sind auch immer noch Assi Ja, weil die auch nicht auf angreifen Ich kämpfe weiter Yes Aber der gehört eh schon 2 1 1 ist unsers Ja, kein Teamfight, ne? Aber Doppelkills dürfen wir machen, jetzt Boss Wenn wir niemals aufzukämpfen, sollten diese Ordnerlager einnehmen Es ist so weit Ich kämpfe weiter Waller und Diablo sind oben Hol mir Diablo Und Kleiner Nein Und Waller stirbt auch noch Fuck jetzt Ich hab alle Ich hab alle Alter, war das ganz nice Kleiner hier angreifen Ich hab einfach 3 Kills gemacht, wo das so Alle beim Wegrennen gekillt War so geil Okay Was kriegt ihr denn jetzt? Hilf blauen Eieieiei Oho Er hätte nicht gekillt, hab ich gekillt, wenn er weitergefreiten sollte Ja Aber er war dumm Deswegen bin ich weg Nein, er ist weg Alter, was tut ihr denn nicht? Ich weiß nicht, gift irgendwas Boah, ich bin weg, Alter Alter Jetzt haben sie mich Pack it Oh nein, sterbt bitte dich alle Ja Ja Die Tempel sind von meiner Magie erfüllt Wächter Lass keinen dieser Erländen sterben außer hier in mir Keiner rennen Ich bin hier Du musst dich auch bald zurückziehen, ne? Ja, jetzt halt Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Euer Gegner hat eine Festung im Erdboden gleichgemacht Ich bin hier 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 Ja, wir kriegen unseren Turm nicht mehr komplett geschossen Pass auf, die Gegner kommen gleich Wir haben sich direkt Boah, da bist du ein Lacker beugt die ganze däne ne bin ich nicht das ist ja nicht überlebt das licht ein guter wieder drei kräftiger erst wird aber ich bin vergiftet verkehrt du hast es gibt her kommt der stirbt der stirbt der stirbt er ist auch tot aber von den auch drei stück mitgenommen das wird richtig spannend weil es ist wieder ausgleich vom level her er darf halt kein tower mehr kriegen ja weil sonst haben wir verloren alter den ihr ding ist unten auf elf prozent ja wegen boss geil einfach alle einfach alle angreifen ich will den jahre ich will den jahre aber wenn du da bist das ist ich schon wahrscheinlich und erst So, wir leben alle wieder. Oben rum. Fuck! Nein, wir holen uns ein Tempel. Schon bald, werden sie in meiner ganzen Herrlichkeit erstrahlen. Wenn die im Tempel rappen, ist das so schnell... Ah ne, die haben noch einen Tower, ne? Fuck! Egal, die Gegner kommen hierher. Hier, aber bitte... Oh, fuck nein. Ich komm noch der Wichse. Ich hab einen dreifach Kill. Den krieg ich auch noch vierfach Kill. Komm schon, tötet ihn! Yes! Mega Kill! Ich darf jetzt nicht sterben. Äh... Ja... Nee, dürfen sie nicht. Aber Diablo kommt ja wieder schneller zurück als die Gegner auch. Komm schon, die machen den. Dann kriegen sie wieder Leben. Yes, jetzt geht's drauf. Der Schutzschild geht runter. Wie sieht's bei den beiden aus? Oh! Sieht gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Ja, Mann! Ja! Ja! Nein, der stirbt! Yes! Wow! Yes, Leute, Alter! Das war ja mal spannendste Runde, die es immer gab, Alter! Und stört nicht weiter den Frieden, Alter! Ich wollte eigentlich mega schreiben. Aber hatte zu wenig Zeit. Ha! Max geschrieben! Alles schön! Yes! Und ich hab das Vala Brotel! Und du bist Level 30! Jejeje! Du bist Level 30, Leute! Das heißt, in der nächsten Folge geht's dann! Wankspotten! Ja! Die entscheidendsten Runden! Die entscheidenden Runden! War... ein geiles Spiel, würde ich sagen! Auf jeden Fall! Spannendes Spiel, auf jeden Fall! Die letzte Sekunde! Und Leute, gleich mal oben rechts gucken hier! Kada Katsing! Vala! So Leute! Da muss ich sagen! Nach der... Spannender Runde! Es ist doch so geil! Spannender Runde! Sehen wir uns nicht mal zu einer weiteren... Noch spannenderen Runde vielleicht! Man weiß es ja nicht! Ja! Da geht's endlich in die gewerteten Games! Da geht's in die Ranked Battles! Und ich würde sagen! Wir sehen uns jetzt nicht mal zu einer weiteren Folge von Heroes of the Storm! Zusammen mit Sven! Und... Dehle! Und ciao! Ciao! Musik